Es war einmal ein Zauberer namens Eonsan. Er ist ein durchaus verrückter Typ, aber welcher Zauberer ist das schon nicht? So manch einer würde wohl behaupten, Eonsans Herz schlägt etwas anders als die anderen. Denn er scheint sehr düster mit einem Hang zum Bösen, doch liebt er vielmehr die Abgründe der Menschheit und seines Selbst. So manch einer würde wohl behaupten, Eonsans Herz schlägt etwas anderes als die anderen. So manch einer würde wohl behaupten, Eonsans Herz schlägt etwas anderes als die anderen. Und nun verabschieden wir uns. Und nun verabschiede ich mich und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mit mir, der Elfe sorgenfrei und dem etwas düsteren, chaotischen, aber doch sehr sympathischen Zauberer Eon Sun.